Der Geisterwald. So nennen ukrainische Soldaten dieses Waldstück in der Nähe von Bachmut. Es führt zu ihrer Artillerie-Position an der Front. Der Front im schlimmsten Krieg in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir sind hier an einer Artillerie-Position nähe Chassivyar und Bachmut. Das ist da, wo der Stellungskrieg hier im Osten wütet. Gerade eben haben wir ausgehende Artillerie der Ukrainer gehört und immer wieder Antworten im Laufe des Tages. Das heißt, die Russen besonders heftig sind, die Kämpfe immer in der Nacht. Mit einem iPad koordiniert Soldat Max seine Drohnen, versucht russische Stellungen auszumachen, seinen Kameraden Koordinaten zu liefern. Erst war hier nur ein provisorischer Schützengraben. Daraus ist mit der Zeit eine feste Stellung entstanden. Immer wieder sind Einschläge zu hören, ganz in der Nähe. Die Soldaten sind jederzeit bereit, zurückzufeuern. Und zu feuern.